Hallo, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox The Brookhaven zusammen hier mit der Easy Cheesy. Wenn ihr Brookhaven mögt, ich habe euch beim I noch Videos verlinkt, die wir letztes Mal gemacht haben. Beim I wie Easy. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr die gerne anschauen. Ansonsten würde ich sagen, let's go! Weiterer schöner Tag für die Schule. Ich habe da meinen Safe aufgemacht. Ich glaube, die Easy meinte, ich soll sie abholen, weil die sonst immer schläft. Und dann verpasst sie immer die erste Stunde von der Schule, wie jedes Mal. Und dann muss ich mich wieder darum kümmern, dass sie ihre Hausaufgaben hat. Das ist ein Akt, jedes Mal. Na gut. Easy, bist du wach? Das ist halt auch mitten in der Nacht, die wird wahrscheinlich noch schlafen. Das ist abgeschlossen. Nein, klasse. Ich meine, das ist wahrscheinlich gut wegen Einbrechern, aber... Easy? Hä? Hä? Was machst du denn hier? Ich wollte dich doch abholen, damit du nicht wieder verschläfst. Hey! Du bist in den Pool gefallen. Hey! Hi, Ronja. Ah, ich war gerade am Spielen. Was willst du? Du hast einen Spielplatz in der... Oh mein Gott, du hast eine Rutsche in deinem Garten. Ja. Ich habe immer gar nicht Rutschen, man kann nur runter. Ah, trotzdem cool, trotzdem cool. Yeah! Wir wollten doch rechtzeitig mal zur Schule. Erinnerst du dich? Das Ding, wo du immer zu spät hingehst? Das klingt gar nicht nach mir. Nein, also ich habe gehört, wir gehen rechtzeitig zu warten. Ja, dann lass los zur Schule. Alright. Okay, die Frage ist... Warte, ich habe meinen Teddy. Den Teddy? Oh ja, meinen Teddy. Den habe ich hier im Busch versteckt. Ah, da bist du ja. Okay. Verstehe, verstehe. Warum hast du den im Busch versteckt? Na ja, damit ich ihn nie verliere. Okay, ja, dann lass mal loslaufen. Boah, hast du Lust vor der Schule noch Eis essen zu gehen? Ich glaube, es ist noch relativ früh. Ronja, Eis zum Frühstück? Ich habe gedacht... Ja, Mann, ich habe richtig Hunger. Nee, aber ich habe gedacht, ich plane jetzt sicher... Oh! Der fährt ganz schön gefährlich. Haben dich schon offen um 6 Uhr morgens? Nee, ne? Vielleicht... Du bist offen. Komm, wir holen uns einfach von. Hallo, ich arbeite hier jetzt. Oh, hallo. Wie schön. Ich hätte gerne eine Kugel Minze. Minze? Nee, du kriegst Bubblegum hier. Ja, okay. Dann hole ich mir auch kein Minze. Ich will kein Minze. Das ist doch besser so. Ich nehme Birthday Cake. Das klingt lecker. Und kündige. Irgendwie schmeckt das komisch. Ja, irgendwie meins auch. Vielleicht ist es, weil Bubblegum komisch schmeckt. Warte, ich nehme mir auch ein anderes. Ja. Vielleicht Vanille, Schokolade. Ich glaube, mit Schokolade macht man nicht so viel falsch. Oh, Schokolade ist lecker. Ja, das stimmt. Hä? Irgendwie schmeckt das merkwürdig. Oder? Schmeckt das sonst auch so? Na, das macht schon. Ist das, weil wir das zum Frühstück essen? Komm, wir müssen jetzt zur Schule. Ist dein Eisverlauf. Ja, ja, ich habe es aufgegessen. Oh, mir ist es irgendwie voll übel. Ich würde noch mal kurz aufs Klo gehen. Ich habe irgendwie Angst, dass ich mich übergeben muss. Oh, mir ist auch ein bisschen schlecht gerade. Oh, dir auch? Denkst du, das liegt am Eis? Okay, bis dann. Ja, bis dann. Ah, das ist Jungs-Klo. Nein. Warte, komm ran. Hilfe. Oh, nein, da bist du. Da bin ich. Okay, ich muss kurz aufs Klo. Boah. Boah, mein Mann tut richtig weh, ne? Oh, bei mir geht es langsam wieder. Wie geht es bei dir? Hä? Monja? Ja? Nee, ist so schlecht immer noch. Aber ich glaube, es wird langsam besser. Okay, dann komm mal raus. Ich glaube, Unterricht... Hilfe bitte hoch. Warte. Hä? Warte, du siehst aus wie ich? Wieso siehst du aus wie ich? Wir sind vielleicht beide blonter, aber ich sehe sicher nicht aus wie du. Ja, okay, dann komm halt raus und guck mal in den Spiegel. Komm hoch. Hä? Ah! Wieso siehst du aus wie ich? Oh mein Gott! Warte, ich sehe aus wie du! Ah, Hilfe! Was ist hier passiert? Warte, war... War in dem Eis irgendwas drin? Alter, das ist... Ronja... Was muss... Ich verstehe das nicht. Du siehst... Irgendwie... Du siehst aus wie ich, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie ist das... Wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Oh nein! Was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ähm... Ich sage, wir gehen erst mal... Mir ist auch noch schlecht. Ich gehe erst mal zur Schule raus. Okay, ja. Ich würde auch sagen, es ist ein guter Grund, nicht zum Unterricht zu gehen. Wir haben spontan unsere Körper getauscht. Also da kann man auch mal einen Tag Pause machen. Wie tauschen wir denn jetzt zurück? Äh... Vielleicht durch einen Backflip! Und... Zack! Okay. Oh nee, hat nicht geklappt. Nee, kein... Vielleicht... Wie ist das passiert? Durch das Eis? Vielleicht müssen wir noch mal Eis essen? Denkst du, wir müssen noch mal Eis essen? Ich habe noch welches dabei. Ich kann es noch mal anlecken. Naja, lieber nicht, lieber nicht. Nicht, dass noch etwas Schlimmeres passiert. Ja, weil alles... Oh Gott, ja, das stimmt. Nee, ich bin lieber du als... Als keine Ahnung. Ich bin immerhin noch ein Mensch. Danke. Ja, gern geschehen. Aber was machen wir seitens zum Krankenhaus gehen, oder? Äh, denkst du, die Leute da wissen... Vielleicht können die uns helfen. Ja, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Hä, das ist so merkwürdig. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich würde eigentlich nach Hause gehen. Kannst du im Krankenhaus nachfragen? Okay, okay. Dann, ich hole dich zu Hause ab, schätze ich mal. Holst du mich zu Hause ab? Okay, bis dann. Bis dann. Okay, bis dann. Dann gehe ich ins Krankenhaus. Okay, super. Hallo? Ja, bitte einmal auf die Trage. Das ist doch der Unfall, oder? Hi, was? Äh, Unfall? Ja, okay. Bein abgemacht. Bein operiert? Was? Nein, 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 nein. Meine Beine sind noch da, meine Beine sind noch da. Hä, wer bist du denn? Hi, ich bin Ronja, aber ich sehe... Also, ich habe ein Eis gegessen. Und danach sah ich aus wie meine beste Freundin. Und sie sah aus wie ich. Eie. Und jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Und ob wir uns irgendwie zurückverwandeln können, oder... Also, was denkst du ist jetzt wichtiger? Ja, dein Wahnsinn, oder die mit dem verlorenen Bein? Ich kümmere mich mal um die mit dem Bein. Was? Ja, hier. Die hat doch auch noch beide... Die hat doch auch noch beide Beine. Ich weiß nicht, wie viel er sich so qualifiziert ist. Nein, da war ihre Freundin hier drin. Ja, da fehlt das Bein. Achso, ihre Freundin fehlt das Bein. Ja, aber... Also, ich sehe aus wie jemand anderes. Ich habe mich verwandelt. Ich habe Menschenwandel. Ach, Mensch. Ja, du hast irgendein Problem. Geh doch zum Psychiater. Wo ist denn hier ein Psychiater? Ich muss nicht zum Psychiater. Ich bilde mir das doch nicht ein. Ich weiß doch, wie ich aussehe normalerweise. Ich gebe dir die Adresse. Okay. Okay, warte. Ich untersuche hier gerade jemanden. Du kannst mit reinkommen. In der Mitte? Ja. Okay, ja. Oh Gott. Okay, ich habe sie untersucht. Sie ist schwanger. Ich glaube, die schläft einfach. Die ist schwanger. Nein, sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Okay, jetzt wurde es ja kein Problem. Warum hast du ein Bein verloren? So ein Quatsch. Ich gebe ihr mal ihr Baby. So, hier, bitte schön, das ist dein Kind. Warte, wir haben ihr Kind noch gleich geboren. Das war das Baby. Guck mal, ihre Freundin ist richtig schockiert. Sie ist da so, was? Ich gebe dir jetzt hier mal, Ronja, hier, bitte schön. Oder Isi, wie auch immer du bist. Hier ist der Zettel, da ist der Psychiater. Ja, da musst du hingehen zu der Adresse. Dankeschön. Okay, dann gehe ich da hin. Das ist ein Privathaus, aber sehe ich hier. Ja, das ist ein Privathaus. Ein Apartment. Die haben gerade nicht geöffnet, deshalb. Okay, okay. Okay, bis dann. Dann gehe ich da hin. Dankeschön. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, da haben auch schon Leute Isi zu mir gesagt. Die denken, ich bin nicht halt Isi irgendwas verbrochen. Warum verfolgen mich zwei FBI meiner Hilfe? Ich muss hier schnell raus. Okay. Das ist am anderen Ende der Stadt, sehe ich gerade. Hier ganz oben soll es sein. Ähm, hallo? Geh mir mal. Hallo? Ist hier jemand? Hä? Das sieht irgendwie gruselig aus da drin. Hallo? Oh, hallo. Ja, was? Mach kurz auf. Dankeschön. Okay, komm rein. Hi. Wer bist du? Hi. Hi, ich bin Ronja und ich hatte einen Zwischenfall und ich war schon beim Krankenhaus und die meinten, ich soll lieber hierher kommen, weil das ein Fall für den Psychiater ist. Du hast, ne? Okay, du hast einen an der Meise. Ja, okay, klar. Kein Problem. Habe ich eigentlich nicht. Ich kann gerne kurz erzählen, was passiert ist, okay? Ja, natürlich. Aber wir setzen uns erstmal auf die Couch, oder? Okay, wir setzen uns auf die Couch. Genau. Wir gehen erstmal. Ich muss mal gucken, wo wir am besten das meinen. Hier könnten wir einen Ausblick haben. Das ist cool. Habe ich jetzt so noch nie gesehen. Das ist sehr blau. Ja, ja. Das ist wirklich sehr nice. Ich muss immer kurz zur Toilette. Ja, setz dich doch schon mal auf die Couch. Hier sind so Kabinen. Hä, hier sind Kabinen für die Schlafzimmer. Kann man die zumachen? Hä? Das hier so. Hey, Hände weg! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Hände weg auf die Couch für Tür, okay? Alles klar. So, wenn, äh, bitte nicht auf meine Couch, ja? Okay, das tun wir leider. Gut, also. Alles, erzähl mal, was passiert ist. Was passiert ist, ist Folgendes. Ich bin heute Morgen, ähm, losgegangen. So wie jeden Morgen, wollte meine Freundin wecken. Und wir wollten zusammen zur Schule. Wir hatten noch ein bisschen Zeit, deswegen sind wir zum Eisladen gegangen. Haben uns ein Eis gekauft. Irgendwie hat das Eis komisch geschmeckt. Wir haben es trotzdem gegessen, weil Eis zum Frühstück ist Eis zum Frühstück. Danach sind wir in die Schule gegangen Und es war schlecht, wir sind aufs Klo, haben uns beide übergeben Wir sind aus dem Klo rausgekommen und dann sah ich aus wie sie Und sie aus wie ich Und wir haben keine Ahnung, wie wir jetzt zurücktauschen Und die Leute, wir sind nicht die Einzigen, die das sehen Wir sind nicht die Einzigen Ich war gerade im Krankenhaus, ja? Meine Freundin heißt Easy, okay? Ich heiße Ronja Und ich war im Krankenhaus Und dann waren da mehrere Leute Ich war gerade mit der Ärztin beschäftigt Und die kamen raus und die sind mir hinterhergerannt Und ich bin nicht die Einzige, die das sieht Eine Spritze Ja, genau, ich muss dir jetzt eine Spritze geben Ich habe Angst vor Nadeln Kannst du mir bitte deinen Hintern entgegenstratzen? Nein, ich habe Angst vor Nadeln Nein, ich habe Angst vor Nadeln Ich will keine Spritze Warte, dann kann ich das Mittel in diesen Apfel hier spritzen Okay, warte kurz Ich mache es kurz da rein So und zack Ich habe nur gekostet, ob er auch gut schmeckt Hier, bitteschön, da ist jetzt der Apfel und der wird dich heilen, okay? Der wird mich heilen Genau, der heilt deine Verrücktheit Dann esse ich Verrücktheit Ja, genau Ich habe jetzt noch die nächsten Patienten Die sind nämlich jetzt schon hier Das wäre ganz gut, wenn du jetzt verschwinden würdest Geh doch mal nach Hause und guck, ob es dir nachher besser geht So in ein, zwei Stunden, okay? Okay, und der Apfel, der heilt ist Okay, Entschuldigung, ich habe irgendwann wahrscheinlich einen Termin Nehme ich an Richtig, habe ich Alles klar, macht gut Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Okay, alles klar Dann setzt euch hier mal auf die Couch Dann geht es jetzt hier weiter Das muss doch, da kann doch was nicht stimmen Ich fühle mich kein bisschen anders Das klingt ja nach einem ernsten Fall da Hä, es ist doch schon Abend Als ob der ganze Tag schon rum ist Ich bin doch nicht den ganzen Tag die Easy Irgendwie die Zeit geht andersrum Ich sehe anders aus Ich gehe jetzt nach Hause Das kann doch nicht sein Oh mein Gott, was ist, wenn ich nie wieder zurücktausche Was ist, wenn ich für immer Easy Ich meine, ganz ehrlich Es hätte mich, glaube ich, schlimmer treffen können Immerhin bin ich kein, keine Ahnung Keine Lehrerin Ich bin noch im gleichen Alter Ich sehe normal aus Ähm, ich habe keine schwerwiegenden Krankheiten Ähm, von daher ist das ganz gut Ich gehe mal Okay, hier wohne ich Ähm, hallo Ah, hi Easy Na, alles klar Wie jetzt, hi Easy Du, du, du bist schon noch Easy Ich bin, ich bin ich Ja, ich bin immer Easy going, Mann Nein, ich, ich meine, hä? Home sweet home Ich, wie jetzt, home sweet home Ich wohne hier Hä? Ja, du kannst gerne bei mir einziehen, wenn du möchtest Warte, hä? Da mich, okay, warte, Easy? Äh, ja, du bist Easy Ähm, okay Alles okay bei dir? Willst du mal zum Seelenklempner? Kann ich dir vielleicht helfen? Okay, ich, ich, warte Ich war gerade beim Arzt und ich war beim Psychologen Und ich habe einen Apfel gekriegt, aber der hat nichts gebracht Und ich, der Arzt hat mich ausgelacht Ähm Aha, aha Wie geht's dir? Ähm, ja, alles soweit Von Butter War dir nicht noch schlecht? Ähm, nö, überhaupt nicht Nö? Nö, nö, mir geht's gut Warte, kommt dir irgendwas komisch vor? Nö, was soll denn komisch sein? Du willst so, willst du übernachten oder willst du wieder zurück in dein Haus? Äh, das ist mein Haus Das ist mein Haus Ach, Mensch, Easy, du bist aber auch eine hohle Nuss Das ist mein Haus Easy Äh, es ist nicht dein Haus Willst du mich gerade veräffen? Okay, aber guck doch mal Okay, wenn das dein Haus ist, dann sag mir doch, wo das Badezimmer ist Okay, das Badezimmer ist, wenn man geradeaus durchläuft, durch das Schlafzimmer, hinter dem Schlafzimmer Ja, aber weil du schon hier warst ganz häufig, deswegen weißt du das Ja Das verweist gar nicht Das ist, weil ich hier wohne, das ist mein Zimmer, hier bin ich heute Morgen aufgewacht Hier, der Safe ist doch auf, ich hab den nicht zugemacht Oh, Easy, du wohnst nicht hier Wie jetzt? Ich wohne nicht hier Hä? Hä? Also, das ist mein Kleiderschrank, das sind meine Klamotten Okay, weißt du, ich glaub, es wär ganz gut für dich, wenn du einfach mal schlafen gehst Okay, okay, weißt du was, vielleicht geh ich einfach schlafen In deinem Haus, bitte nicht in meinem Haus Ja, geh in deinem Haus, ja? Kann ich dann wenigstens übernachten hier in deinem Haus, Ronja? Ja, aber das ist mein Schlafzimmer, ich geb dir, warte, ich kann dir zeigen, wo du schlafen hast Du kannst hier schlafen Genau Oh, okay Sof dir ein Bett aus, das ist mein Gäste-Schlafzimmer Oh, okay Und du kannst hier sogar deine Videos aufnehmen, wenn du willst Oh, das ist Das ist ein Gäste-Computer Das ist nicht schlecht Ja Dankeschön Ja, gerne, du Dann geh ich mal schlafen Ah, hier ist übrigens noch ein Donut, wenn du möchtest Oh, äh, nee, danke, ich hab keinen Hunger mehr Ich hab voll in den Kopf Das ist ein Zauber-Donut, hat man mir erzählt Ein Zauber-Donut? Oh, okay Ja, ich probiere ihn gerade auch zum ersten Mal Oh, der schmeckt eigentlich ganz gut Der schmeckt so viel besser als normale Donuts Was ist denn in diesen Krümeln drin oben drauf? Mamm, 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 naja, gut Ich geh mal schlafen, vielleicht ist alles nur ein blöder Albtraum Und wenn ich morgen aufwache, seh ich wieder aus wie ich selber Und nicht mehr komisch Und dann ist alles gut Okay Okay, gute Nacht Boah, ich hatte einen furchtbaren Traum Ähm Okay, aber es scheint alles normal zu sein Ich bin in meinem Haus Ich fühl mich normal Ähm, ich guck mal, ob hier an meinem PC alles gleich ist Ah, nee, warte, das ist mein Gäste-PC Stimmt, das ist gar nicht meiner Ich geh mal kurz in mein Schlafzimmer Ich weiß gar nicht, warum ich im Gästezimmer übernachtet hab Ähm Hä? Easy? Easy? Easy! Wieso liegst du in meinem Bett? Hallo? Ja Warte Du bist du! Du bist du! Ich bin ich! Du bist du! Warum schlafe ich gerade bei dir? Warte, warte, Easy, sehe ich aus wie ich? Sehe ich nicht normal aus? Äh, ja, was hast du denn? Natürlich sitzt du aus wie ich Okay, warte, ich sehe normal aus Warte, erinnerst du dich an gestern? Ich erinnere mich nur an meinen Traum, der war komisch Warte, was hast du geträumt? Weiß nicht, irgendwas mit Eis Ah, apropos Eis Ich hatte gerade ein Eis Willst du mal schlecken? Äh Jam, 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 jam Das hab ich aus dem neuen Eisladen Uh, der ist so gut Hey, danke, mir ist irgendwie der Appetit auf Eis vergangen Ich weiß gar nicht, warum So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal Oh, warte, easy, hör auf, das Eis zu essen Wuhu Das heißt, lecker Und dann abonniert den Kanal Und wenn ihr es auch noch nicht gemacht habt, schaut bei easy vorbei Da kommen nämlich auch coole neue Videos Die ganze Zeit Macht's gut Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss